Dieses Knie hat Manuel Stiefler fast zwei Jahre seiner Karriere gekostet. Und das im besten Fußballalter. Ein Wunder, dass der 29-Jährige in dieser schweren Phase nie die Lust am Fußball verloren hat. Weil ich dafür den Fußball zu sehr lieb und zu gern spiele. Natürlich ist die erste schwere Verletzung damals, habe ich mir einfach gedacht, okay, heutzutage passiert das oft. Also Kreuzbandriss ließ man gefühlt fast jede Woche einmal in den ersten drei Ligen irgendwo abgedacht. Okay, diesmal hat es mich erwischt. Nicht zu viel darüber nachgedacht. Über seine Karriere nachgedacht hat der Mittelfeldspieler dann aber, als sie innerhalb von zehn Monaten der zweite Kreuzbandriss und ein Innenbandriss ausbremsten. Doch das Team stand immer hinter ihm. Das ist schon wichtig, dass die da auch alle hinter einem stehen. Und der Verein hat das auch immer gemacht. Es hieß immer, wenn du wieder fit bist, dann ist das eigentlich nur Formsache, dass wir auch verlängern. Eine Vertragsverlängerung unter diesen Umständen im Profifußball nicht selbstverständlich. Nun zahlt der 29-Jährige das Vertrauen mit guten Leistungen zurück. Trainer Kenan Kocak ist von Stiefler sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt. Junge arbeitet gut, trainiert gut, ist geduldig und ungemein ein guter Typ. Ein absoluter Teamplayer, ein wichtiger Spieler. Wenn er so weiter spielt, ist er für uns nicht wegzudenken. Normalerweise hebt der Trainer keine einzelnen Spieler hervor. Kocak Slob unterstreicht aber Manuel Stieflers Status innerhalb der Mannschaft. Durch die vielen Verletzungen, die er dann hatte, war es natürlich schwer für ihn. Er war nicht zu oft in der Kabine, er war weg von der Mannschaft. Aber wie er zu uns dazu gestoßen ist, war es nicht so, als wäre er jetzt der neue Spieler danach zwei Jahren. Ich glaube, er hat sich sehr wohl gefühlt. Die Mannschaft hat ihn wieder toll unterstützt, denke ich auch. Von daher denke ich schon, dass er ein sehr hohes Standing hat. Anerkennung, die sich Stiefler in seinen vier Jahren beim SVS erarbeitet hat. Der gebürtige Bayreuther zählt mittlerweile zu den dienstältesten Spielern in Sandhausen. Geht es nach ihm, sollen noch ein paar Jährchen dazukommen. Ob das Knie halten wird, daran verschwendet Stiefler keine Gedanken mehr. Bätestens auf dem Trainingsplatz, wenn man dann so zwei, drei Tage mittrainiert hat und dann auch mal wieder einen Zweikampf führt und merkt, es geht oder da passiert nichts. Oder man wird mal gefoult und das Knie hält mehr oder weniger, dann denkt man da eigentlich nicht mehr dran. In der Partie morgen bei Darmstadt 98 darf Stiefler wohl auch von Beginn an wieder ran. Dann soll nicht nur das Knie halten, sondern bestenfalls auch ein Sieg her, um den guten siebten Tabellenplatz nicht zu gefährden.